So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio, heute wieder mit dem Skrocki. Yo, der ist auch wieder am Stiesl. Ja, ich lass mir jedes Mal eine andere Begrüßung einfallen, weißt du. Ja, mit mir wird's nie, da mein ich. Ja, ja. Ja, äh, was, wir wollten doch die Monster raiden, ne? Wat, raiden? Ja, wir wollten doch hier ein paar, paar Nester kaputt machen und so. Ja, das stimmt, dazu brauchen wir aber noch Panzermunition. Ja, darum wolltest du dich ja kümmern. Ach ja? Ich glaub schon. Wollte ich das? Echt? Sag mal, ne, also wirklich? Ja, bist du sicher? Mhm. Weißt aber schon, dass wir dafür Kunststoff und Sprengstoff brauchen. Okay, Kunststoff haben wir ja. Sprengstoff ist der easy. Ja, ja, ist das so? Ich glaub, wir haben noch keinen Sprengstoff erforscht, oder? Kohle, Schwefel und Wasser, das ist aber voll viel. Ja, warum? Du hast Wasser da oben, du hast Schwefel da oben und du hast Kohle da oben. Ja, aber da muss ich mich ja wieder bewegen. Boah, da unten war aber grad ein heftiger Angriff. Also ein heftiger, heftiger Angriff. Um, links, um, links, um, links, um, links. Alter, das ist, wir müssen hier wirklich bald mal wählen, Alter. Wird ja mal schlimmer. Aber meine Mauertechnik, die, die funktioniert 1A. Weil die hinten, da, wo ganz viele Mauern sind, da gehen die nämlich alle hin und dann werden die abgeschossen. Ja. Hast du ganz toll gemacht. Ja. Ich bin ganz stolz auf dich. Ne? Ja, ich muss überhören, dass nur unsere Zuschauer nebenbei auf den Chat reagieren, denn wir sind hier gerade mit dem Engine Day Player auf Twitch hier am Livestream, ne? Hm. Ja, und ja, deshalb muss man halt seinen Pflichten nachgehen. Ist das nicht sogar Regel auf Twitch, interagieren mit dem Chat? Ist das eine Regel? Ich glaube, das steht irgendwie in den Twitch-Regeln. Also, ich glaube nicht, dass er das Twitch irgendwie nachprüfen kann, aber... Hm, hm. Ich glaube, dass, äh, du nicht groß wirst, wenn du das nicht tust. Ich glaube dann, deshalb... Ja, das sowieso nicht. Verdammt, ich hab was vergessen. So. Ah, das ist eine sehr gute Idee, Snoddy. Eine sehr gute Idee. Warte mal ganz... Was hat er gesagt? Hat er gesagt, er soll mich ausstellen? Nein, ich hab gesagt, ich stell mich einfach auf Discord aus. Das heißt, dass du mich dann halt nicht mehr hörst, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Doch, ich hör dich noch. Ja, jetzt gerade, aber gerade eben hab ich mich kurz ausgestellt. Aha. Ja, so ein, so ein frecher bin ich. Und dann hab ich denen das kurz erklärt. Und dann hab ich mich wieder angestellt. Smutet der sich einfach so? Ja. Das kannst du doch. Nein. Ähm, ja, ne? Ja. Hab ich noch Röhrchen an so Wort? Nein, ich hab keine Röhrchen mehr. Das ist aber schlecht. Ja, das ist wirklich schlecht. Das ist, äh, nicht so der Burner. Wir brauchen mehr Kohle. Ja, wir haben zu wenig Kohle. Ist das belastend, ey. Haben wir irgendwo noch ein Kohlefeld in der Nähe? Wir haben keinen Kohleplatz mehr. Nein? Nee. Sollten wir wirklich mal auf Hochbögenöfen imsteigen? Ja, das stimmt. Das ist aber auch ein Wort. Höchbögenöfen, ja, super. Wir haben hier zwar noch ein bisschen serven, aber ich glaub, die halten nicht mehr so ultra lange. Ja, das könnte natürlich gut sein. Ja. Ja. So, hier sind nämlich schon die ersten, ähm, Erzfötterer fertig mit der Arbeit. Däh. Echt, die sind komplett fertig? Ja, die haben nix mehr abzubauen. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so schnell funkt, dass er so schnell, also, ne, dass er so schnell den Geist aufgibt. Das wäre natürlich jetzt nicht so geil, ne? Ja, das ist durchaus richtig. Ja, das ist durchaus wirklich richtig. So, aber wir haben mittlerweile, haben wir eigentlich immer noch Stromprobleme? Ja, haben wir. Wir haben Wusstenprobleme. Ich merk's. Oh, ich hör's. Ja, wir haben wirklich Stromprobleme. Schön ist, für dich habe ich nämlich nicht gemutet für die Aufnahmeshow. Aha. Ja, ich krieg hier alles live mit. Ah, da, warum liegt denn der da rum? Wieso liegt denn hier einfach so? Also, ich will sowas niemals tun. Also, ich hab's jetzt wirklich nicht getan. Also, wirklich nicht, ne? Was denn? Dass der da rumliegt. Ne. Doch. Oh. 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 Ähm, jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie. Kohle hier an den Start kriegen. Kohle? Die Kohle. Und jetzt... Ja, da hast du es alle. Ja, die ist tatsächlich bald alle. Ist relativ belastend. So. Hä? Ach, ich brauch eine Chemiefabrik. Ich hab jetzt ne Montagemaschine gebaut, aber das geht ja gar nicht. Was machst du denn mit dem Wasser, Alter? Ich wollte hier ne kleine Sprengstoff, äh, Fabrik hinbauen, weil... Junge, hier oben, da ist, hast du Wasser, hast du Kohle und hast du Schwefel in Ei, direkt da drum. Mach doch hier einfach ne Fabrik rein. Ja, jetzt wo du es sagst, macht das natürlich schon ein bisschen Sinn, ne? Oh, Mann, Alter. Aber ich wollte halt nicht so viel produzieren, aber... Jetzt wo du es sagst, könnte ich es ja eigentlich machen, ne? Du, wollen wir nicht mal wieder was forschen? Ich bin doch gerade am gucken, Junge. Dann... Ach, jetzt hast du schon was. Meine... Pieps. So. So. Ja, was hab ich jetzt? Ah, jetzt muss ich... Da muss ich ja sowas von... Oh, da muss ich ja... Das Kohleband, was du zugebaut hast, muss ich ja nach unten kriegen. Und dann... Oh, ne, also... Also, jetzt entschuldige mal. Ja? Ich baue hier zwei Fabriken rein. Hier hast du Schwefel, da hast du Wasser und da hast du Kohle. Ah, naja, das stimmt wohl. Bist ja doch gar nicht so, 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 so. Du hast gerade die gesamte Produktion lahm gelacht. Mann, ich hab das doch hier sehen. Ich bin doch nicht blöd, meine Fresse, doch. Weißt du was? Egal, was ich mache, ne? Es ist immer... Es ist immer... Nee, ich hab mich gerade über mich aufgeregt, dass hier nichts redundant gesichert ist. Warte, sag das Wort nochmal. Redundant. Redundant, was ist denn das für ein Altdeutsch? Das ist kein Altdeutsch. Das ist... Das ist nur so... Das ist echt... Das ist ja... Also... Aber ist schon... Also, sag das Wort bitte nochmal. Redundant. Redundant. Schreib mal bitte in den Stream-Chat, wer das Wort kennt und wer nicht. Also, liebe Freunde, kennt jemand das Wort? Sag's bitte nochmal. Redundant. Ich kenn's nämlich. Also, ich... Ich kann's nicht. Also, ich hab jetzt nicht für mich... Was bedeutet das dann, dass... Das denn? Das ist... Wenn quasi... Stell dir vor, du hängst an einem Seil und das Seil reißt durch. Dann stürzt du ab. Aber wenn du an zwei Seilen hältst und ein Seil reißt, dann hängst du dann doch an dem zweiten. Das ist redundant. Dann... Glaubst du doch selber nicht, oder? Doch. Doch? Dann ist ja gut. So, jetzt kommt hier der Profi am Werk, weil wir müssen echt bald mal hier... Ein bisschen da... Was aufstocken, ne? Sonst machen die uns hier die... Müdigkeit, ne? Und dann stehen wir da, ne? Hm. Dann stehen wir da und haben da den Salat. Du, das will ja auch keine... Das will ja auch niemand. Ja, ist das korrekt. Pack ihn doch da wieder hin, ey. Meine Güte. Ist so, ey. Ja, wirklich. Jo. So, die landenden letzten drei Geschwindigkeitsmodule bewahren wir einfach mal auf. Ja. So. Alter, ich baue das hier richtig. Als ob wir hier zu wenig Kupferkabel produzieren. Würde ich eigentlich verarschen, oder? Offensichtlich, ja. Nun, jetzt kommt das da rein. Kann man jetzt nicht Kupferkabel produzieren. Also, aus dem Chat kennt keiner dieses Wort. Keiner. Nein, ich... Ich kenne das auch nicht. What the fuck? Das ist ja schon wieder doof, ey. Da kannst du hier... Was, 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 was... Willst du jetzt eine Unterstellung machen hier, oder was? So weit kommt's noch. Was hab ich eigentlich gemacht? Das muss ich mir nicht bieten lassen, du. Doch, eigentlich... Okay, Sprengstoff wird hergestellt. Ich muss ja sagen, von der Chemiefabrik, die Animation sieht ja schon cool aus. Sieht ja eigentlich echt geil aus. Ja, boah, die... Ja, boah, die... Die haben aber auch... Oh, der... Die, 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 die... Also, die, 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 die... Sprengstoffproduktion, die hat aber halt auch einfach einen ganz schönen, äh... Abdampfstuh, ne? Also, müssen da echt mal hier so ein bisschen... Ich, ich... Aufräumen da, also... Also, nicht aufräumen bei uns, weil bei uns gibt's nicht aufzuräumen. Das ist schon verdorben, aber halt bei den Monstern müssen wir ein bisschen aufräumen, ne? Boah. Was, was meinst? Ja, ich meine... Ich hab mir gerade Dinge vorgestellt, alles gut. Was stellst du dir denn vor, dass du... Äh, 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 machst? Ich dachte grad, du meinst, dein eigenes Zuhause. Ist da alles verdorben? Ja, das ist... Das könnte sein. Was willst du denn forschen? Ich möchte forschen. Wollen wir Uran, also Kernenergie... ...die man macht? Nein, wir machen jetzt erstmal... Ach, nee, das ist ja... Ach, nee, das geht ja auch nicht. Nee, nee, nee. Zug, 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 Zug. Bremskraft. Zug, Zug. Nein, wir machen... Wir haben nicht einen einzigen Zug. Und du willst Bremskraft erforschen. Ach so, das ist Bremskraft, wie ich dachte, das wird Zugtechnologie. Wir haben Zugtechnologie schon. Ach so, boah, sind wir gut. Ähm... Ja, guck mal an, du, ne? Äh, prrrr. Bauer-Roboter? Bauer-Roboter, oder... Äh, was gibt's denn noch? Äh, äh, äh... Ach, komm... Ach komm, mach doch einfach was, wir haben doch sowieso nix mehr zu stehen. Wir haben nix mehr zu verlieren. Let's go. Und ich brauch weitere vier Geschwindigkeitsmodule. Eins, zwei, drei, vier. So, siehst du, kannst du machen, dann schickst du mir aber ein Foto, ne? Das möchte ich sehen. So, jetzt werden hier schön die Kanonengeschosse hergestellt. Das ist aber schön. Ja. Ja. Wollen wir explosives Kanonengeschoss oder Kanonengeschoss? Wir brauchen für explosives mehr. Zwei Sprengstoff und bei Kanonengeschoss ein Sprengstoff. Ja, gut, dann mach explosives. Wir wollen ja auch ein bisschen Raboomba. Ja, wenn, dann soll's ja schon richtig... Knallen. Also wirklich. Also, also wirklich. Ja, also wirklich. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Eisenschnarren hier. Zipp. Zipp. So, Roboter-Hangar, ein eh persönlicher... Ja, gut, komm, 50, packen wir mal. Apropos, wir können ja eigentlich mal uns selbst ausrüsten, ne? Mit so'n Energieschild und... Ja, dazu brauchen wir aber Batterien. Und wir haben doch nix, das Batterien herstellt. Ja, ja. Ich hab dir das letztes Mal schon gesagt. Ich wollte letztes Mal schon ne Rüstung machen. Und dann sag ich zu dir, mach doch mal hier, ne? Und dann hast du gesagt, ja, und dann weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast. Brauchen wir Eisenplatten? Schwefsäure. Muss ich das echt machen? Okay, dann mach ich das. Tu's einfach. Wenn du in der Zeit unseren... Unseren... Ja, ja. ...Angriff vorbereitest. Ja, ja. Klar, klar. Operation... Wie nennen wir die Operation? Wir nennen die Operation... Operation Antige... Besäuberung. Nicht gut? Okay. Naja, das ist gut. Naja, du guckst doch schon wieder so. Ich, ich... Woher weißt du das? Meine Kamera ist nicht an. Ja, ich seh das... Ich hör das in deiner Stimme, wie du siehst. Das ist sehr creepy. Da muss man auch erst mal drauf kommen, ne? Das ist sehr, sehr creepy. Ja, ja. Jetzt kann ich wissen, wie viele Kameras bei dir rumstehen. Oh, du warst noch nie bei mir. Das denkst du. Nein. So. 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 Wie geht es ihnen? Und wir werden schon wieder angegriffen. Ist das Leben nicht schön? Es ist schön. Es ist super. Das ist echt super. Kein Kommentar. Ach ja, ich mag es. Ja. Wie gesagt, kein Kommentar. So. Schwefelsäure. Dafür brauchen wir Eisen, Schwefel und Wasser. Scheiße. Ich brauche das Schwefel hier unten. Was braucht man da noch? Schwefel nur, ne? Und wir Eisen. Eisen haben wir ja überall. Alter, ich habe die richtig geile Idee. Ich bin so ein schlau wie Fuchs. Schlau wie Fuchs. Ja. Und zwar. Ah, das ist raffiniert. Ich bin wieder raffiniert heute. Wahnsinn. Und zwar, wir machen hier einen Schalter hin. Und der geht dann nur an, wenn wir keinen Sprengstoff mehr in der Kiste haben. Damit die nämlich nicht die ganze Zeit hier alles voll machen, weißt du? Hast du das mittlerweile ausprobiert? Ja, das wirst du eigentlich hier hin, du. So, machen wir jetzt hier mal fest. Ne, halt. Halt, stopp, Moment. Halt, stopp. Brauch, Bundeskabel. Bundeskabel, komm mal her, hier. So. So, einmal. So, Chemiefabriken. Wie bekommt man denn Chemiefabriken? Damit. Ich habe sogar noch welche. Ich brauche keine Bestellen. Doch. Einfach. Ich habe einfach sechs Stück auf Lager. Frag mich nicht, warum. Faust mich um. Ich kau dich um. So, jetzt machen wir hier noch auf die Kiste. Äh. So. Lai. Unsere. Boah, ist das geil. Unsere, ähm, Montagefabriken produzieren schneller, als sie, ähm, raus, also ausliefern können. Aha. Als die Greifarme ausliefern können, so. Ja, super. Ja, das ist super. Ähm, da. So. Nein. Dann da. Machen wir mal so einen. So, eins hier lang. Scheiße. Braucht ihr noch Ströme? Äh, was forschen wir denn jetzt? Komm. Forschen einfach durch. Einfach machen. Nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Ja, ja, genau. Das stimmt. Haben wir denn langsam wieder genug Energie? Ja. Vorerst. Ja. Jod kommt immer noch nicht genügend. So, jetzt sind jetzt 200. 100, das heißt, Bedingung ist, äh, ja. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Das hier gleich, ähm, 0. Bei 100, 0 habe ich gesagt. Ja, so sieht das ja ganz schön was worden. So, Ausgang ist, äh, noch nur zwei. Am besten vielleicht. Ach, nee, wenn, 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 wenn das weniger als das ist, ist der Schröder geschlossen. Ja, genau, jetzt, jetzt haben wir es noch. Äh, wie baue ich denn das jetzt? Brauchen, eigentlich, ja. Ja, das, äh, kann ich dir auch nicht sagen, du. Ich mir auch nicht, das ist das Problem. Nee, müssen wir so machen. Warte mal, da wird jetzt hier an, machen wir da nicht so. Guck mal. Oh, jetzt habe ich die da weggemacht, das wollte ich jetzt nicht, du. Ja, das wolltest du nicht, ne? Nee, du, das, äh, das ist jetzt, äh, blöd hier. Blöd? Ja, das ist echt blöd. Blöd. Ja. Okay, wir brauchen Schwefelsäure. Äh, eigentlich hätte ich ja immer gedacht, Schwefelsäure wird, also aus, Schwefel wird aus Schwefelsäure gemacht, nicht andersrum, aber, okay. Hm. Ne? Na ja. Da kann man ja bio-gelernen, ne? Ja, klar. Ich mich. Blöd. Na, und so. So, jetzt guck ich mal, ob hier meine tolle Maschinerie funktioniert. Da bin ich jetzt aber auch gespannt drauf. Ah, ich muss das ja gar nicht so kompliziert machen, ey. Ich mach das ja wieder schon viel zu kompliziert, ey. Kenn ich. Ja. Ich mach auch immer vieles, es ist sehr, sehr kompliziert. Warum tue ich mir das eigentlich immer an, ich verstehe es nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Ja, das, äh, versuche ich mir auch jeden Tag zu erklären. So, also. Zu wenig Stahl. Brennstoff ist weniger als 200. So. Und bei dem ist es. Brennstoff ist weniger als... Ah, es ist schon praktisch mit diesem Schaltungsnetz, da kann man schon echt, äh, tolle Sachen bauen, glaube ich. Äh. Ja, was ist denn? Ach ja, das, das geht vorüber. Ja, aber wenn da so ein Ding kaputt geht, ist schon nicht mehr lustig. Ja, guck dir mal an, wie da, wie, was da für ein Nest da oben ist. Deshalb bin ich ja schon am Werk in hier, eine Produktion zu bauen. Sowas wurde ja eigentlich verstört. Ja, das ist ganz schlimm mit dir, weißt du das eigentlich? Ja, das ist das Problem. Ähm. So, ja, hier unten. Ach, hier unten haben sie angegriffen. Ja, gut, ja. Stehen jetzt natürlich jetzt nicht so viele rum, ne? Ja. Ja. Ich hab mir die Scheiße auch noch verseucht, ey. Ja, so ein Kack. Jetzt ist die Scheiße hier zu langsam. Die Kack ist ja so richtig am Namen, ey. Aber echt so, du. Ja, echt mal so. Gott sei Dank im Strahl. Das ist ja dein Spruch. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. So einer bin ich ja nicht. So wie andere Personen hier. Sachen gibt's. Ganz schön frech, ey. Nein, ich hab's. Ja. Glaubst du mir, ne? Glaub ich dir. Das, äh, das, das, das passt zu dir. Das, das, das passt einfach zu mir. Jo, danke, danke. Ja, bitte. So, einfach, einfach danke. Ja, ich bin immer gerne für Kommen im Ende da. Ja, das weißt du doch. Ja. Was weiß ich doch. Ja, das weißt du doch. Muss ich dir doch nicht erzählen. Jetzt hab ich keine Laufbänder mehr. Was soll denn das? Was soll denn das? Geht ja gar nicht. Wieso? Wir brauchen hier. So, sieben wir erstmal hier Laufbänder schnappen gehen. Ei, 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 ei. Okay, dann gehen wir bald auf Explosionsjahrs. Juhu. Ich freu mich da echt drauf. Juhu. Juhu. Guck dir das an. Wir werden da angegriffen. Wir müssen da echt mal wieder ein bisschen Ordnung reinmachen, oder? Ja, das wäre zumindest mal ganz, eine angemessene Maßnahme. Ja, finde ich auch. Jungs. Hast du, hast du sehr gut ausgedrückt. Eine angemessene Maßnahme, das ist bestimmt. Tut mir leid, weil sie gerade relativ wenig Schwefel haben. Ja, alles gut. Aber es gibt da so ein Problem. Das nennt sich Schwefelsäure. Aber die habe ich dann jetzt. So. Naja. Kupfer und Eisen für Batterien. Kupfer und Eisen. Stimmt, da war ja noch was, ne? Ja, ich bin doch dabei. Aha. Hui, braun. Wie mache ich das denn am blödesten? Ja, das, äh. Da musst du mich nicht fragen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich mir auch nicht. Ja, dann, ja. Ja, dann, das ist ne gute Frage, ne? Dann weiß ich auch nicht weiter. So, das bereiten wir dir jetzt noch vor. Dafür bin ich leider nicht ausgewählt. Wofür? Äh, um dir solche Fragen zu beantworten. Achso. Ja. Hm. Ja. Hm. Ja. Hm. Hm. So. Wochum, äh, kann man doch irgendwie, irgendwie anzeigen lassen, ne? Wo denn das ist und so. Ja. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, das, äh, ja. Hm. Oh, das funktioniert ja super, meine Schaltung hier. Hä, wo sind denn die Batterien? Da bin ich blöde. Moment. Hergestellt nicht in die Fabrik. Oh, was ist denn da oben schon wieder los? Echt, das gibt's nicht, Henrik, wir, das ist, ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Wir werden überrannt. Meine Mauerbarrikade hat nicht so ganz gewirkt. Die sind da voll reingelaufen. Das muss ich noch mal verstärken. Ja, merkt's. Wir müssen dieses Nest da oben, dieses große Nest, das muss weg. Wir müssen das echt, oh, da ist sogar richtig, deshalb bin ich ganz weit gestorben, weil da eine Seuche ist, ach, jetzt hab ich's gecheckt. Eine Seuche? Ja, da liegt so ein Speichel von dem. Ja, das hört sich schon echt deftig an, ne? So, wo war denn mal, wir hatten doch mal so eine Geschützturm-Production. Ja, die ist da irgendwo unter dem Stahl, rechts unter dem Stahl, da bis dran vorbeigelaufen. Ah ja, da jetzt seh ich's, ich seh's grad. Da ist sie ja. Sehr. Jetzt brauche ich das noch. Aber Panzer sind ja bald bereit, wir können ja bald schon losdüsen. Ja, aber dann auch erst in der nächsten Folge mal lieber. Ja, das stimmt, damit wir jetzt ein bisschen Spannung reinbringen, ne? Ja, ist ganz wichtig. Naja. Apropos, ich muss jetzt, ich will jetzt das noch zu Ende machen. Mhm. Verdammt nochmal. So, jetzt haben wir hier Eisen. Was heißt, wir haben jetzt hier tolle Dinge. Tolle Dinge sind toll, wie gesagt. Ne. Doch. Nein. Doch. Ah. Ne. Ich will nicht sagen, aber wir haben aktuell ein bisschen Schwefelsäure-Probleme, ne? Schwefelsäure? Äh, Schwefel und, äh, Schwefelsäure. Ja, das weißt du. Also, eher Schwefel. Aber ich muss hier halt gerade unten die sechs Tanks voll machen. Das weißt du? Das ist ja ein Ding. Und da ist ein Ding da. Sag mal, wie lange ist denn die vorhin schon? Die ist jetzt... Oh, 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 oh. Ja, gut, dass ich dich erinnert habe, du. Ne, ich wusste ja, dass die Folge jetzt bald zu Ende ist, aber das ist schon 27 Minuten. Ja, Alter. Mit Überlänge jetzt. Kannst du ja schauen. Das ist aber großzügig von dir. Ja, großzügig. Du bist so großzügig. So, ich brauche jetzt noch ein, zwei Armgreife und dann geht's los. Warte. So, ich bitte, ihr habt mich recht herzlich zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Na, aber sowas von. Ja, bis dahin. Tschüssi. Tschau, tschau.